Herzlich willkommen bei Lou Horenkamp, ihrem Juwelier- und Augenoptikermeister in Werl. Die Inhaber Ludger und Kirstin Horenkamp sind seit 1995 in der Steinerstraße 22 zu finden. Geben Sie Ihrem Erscheinungsbild mit unseren Schmuckstücken, unter anderem von Fossil, Viventi und Coeur de Lion, einen funkelnden Akzent. Gönnen Sie sich ein elegantes und zeitloses Design mit den Uhren von Bruno Söhnle Glashütte. In unserem Trauringhaus gegenüber tragen wir mit einer großen Auswahl an Eheringen zum schönsten Tag in Ihrem Leben bei. Finden Sie durch unsere persönliche Beratung den perfekten Ring, um Ihrer Liebe Ausdruck zu verleihen. Individuell besteht sogar die Möglichkeit, einen einzigartigen Ring nur nach Ihren Vorstellungen detailliert zu designen. Als Augenoptikermeister sind wir vom kostenlosen Sehtest über eine fachliche Produktberatung bis hin zur optimalen Anpassung an Ihre Gesichtszüge der erste Ansprechpartner bei Sehhilfen. Mit unserer breit aufgestellten Auswahl an Designerbrillen finden wir auch für Sie ein Modell, das Ihr Gesicht kompletiert und Ihrem Typ das gewisse Etwas verleiht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.